Helft mir jetzt? Bambi, 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 Hapi, 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 Hapi. Bambi ist genauso schnell wie ich. Ne, wir wollen zum Ausrufezeichen. Ja, das ist Richtung Ausrufezeichen. Bambi, bleib stehen! Bambi, jump. Du brauchst einen Bogen für dich. Ey, lass den mal erst töten, ich glaub der kommt hinterher, oder? Ja. Ja, da kommt Kevin hinterher. Ja. Okay, Kevin, bist du schon wieder tot? Oh mein Gott, oh mein Gott. Mann, das war knapp. Irgendwas, irgendwas. Achso, du bist was. Wo ist Kevin? Ist der schon wieder tot? Äh, hinter dir. Nein, jetzt lebt er gerade. Pass auf, das ist schon wieder einer! Wo? Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir! Oh, da. Bleib im Gewicht ab! So viel zu friedlichen Koexistenz. Der lebt noch! Ah, jetzt nicht. Der hatte noch was? Ja, hab ich gesehen. Wo ist Kevin? Hingelaufen? Kevin ist abgehauen. Er ist weggelaufen. Er ist da hinten irgendwo. Feigling. Komm, dann ist schnell zum Ausrufe. Okay, jetzt kommen wir los. Ja. Aber ich glaube, man muss sich auch waschen, weil man, wenn man schmutzig ist oder so, ne? Ja, aber hier ist jetzt gerade kein Wasser. Dreh! Ha! Oh, guck mal, hier ist was, hier ist was, hier ist was, hier ist was. Oh ja, Teller. Pfeile. Nee. Noch mehr Z4. Bomben, Granaten, Z4. Alter, wir machen hier die ganze Insel platt. Hier lebt nachher keiner mehr. In dem Typen ist auch noch was drin. Ja. Der hat Munition für die Waffe. Uh. Ah, die ist ja rar, ne? Man kann keine anfertigen, wenn ich das richtig im Kopf hab. Ja, das wäre ja auch sehr unlogisch. Wie willst du dann auch hier Munition anfertigen? Äh, weiß ich noch nicht. Ah, cool. Guck mal auf die Karte. Man kann sehen, wo wir langgelaufen sind. Das ist gut. Kann man sich nicht so schnell verlaufen. Das ist wahr. Oh Gott, 3 Rehe, 4 Rehe. Nee, sind doch nur 2. 3. Ja, 1 liegt da rein. Und da ist das 4. Das sollten wir uns hier mal merken. Hier kann man echt geil farmen. Da sind Zelte. Wo? Da. Oh ja. Ich hör irgendwas piepen. Äh. Das liegt schon wieder so im Trottel. Oh Gott, da liegt jemand. Ist der tot? Sind das vielleicht die, die wir finden müssen? Diese Ausrufezeichen? Oder was sind das für Leute? Aber das ist noch nicht hier. Oh, hier kann man speichern. Achso. Ich speicher mal. Ja, ich hab auch gespeichert. Ja, alles. Okay. Also das Geräusch, was in der Nähe ist, ist aber ein Dingens, ne? So ein... So ein medizinisches... Hörst du das auch? Ich hab's nicht gehört. Nein, ich hör das nicht. Ich hör das die ganze Zeit so. Piep. Piep. Nee, ich hör das nicht. Ich hör kein Piepen. Pass auf. Oh. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ja, 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 ja. Oh, es wird lauter. Ja. Es wird immer lauter, umso näher wir dem Ausrufezeichen kommen. Hier sind noch mehr, hier sind noch mehr, hier sind noch mehr. Ja, dann komm zu mir. Ja, Rücken an Rücken und so. Ah ne, hier waren wir ja schon, ne? Wir müssen ja in die Richtung. Entschuldigung. Ja, da ist doch der. Pass auf. Da oben im Baum hängt er. Knall ab. Ja, ich hab aber jetzt meine Axt. Ja, ich auch. Hö, Hö, Hö. Tja, ich fäll einfach den Baum hier. Bleibt der da jetzt ernsthaft? Fäll jetzt den Baum? Komm da runter, Jung. Ich muck die Wappen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ähm. Nimm mal das Navi in die Hand. Dann hörst du das Piepsen auch. Dass es umso näher man dem Ausrufezeichen kommt. Ach so, ja, jetzt höre ich auch. Umso lauter piepst das. Ne, wir müssen hier runter, hallo. Ja. Wie sagt der Luke Skywalker? Ich bin gleich da. Wo läufst du hin? Hallo, wo läufst du hin? Ja, ich hör schon, dass es wieder leiser wird. Aber ich seh hier nix. Hier ist ein Grab. Hä? Ah. Muss man hier... Muss man hier was aufbuddeln? Möglich. Ich versteh's jetzt nicht. Hinter dir. Oh, da kommen gleich drei Stück. Aber ich versteh's nicht. Also... Aber man kann Schaufeln finden oder herstellen. Warte, ich guck mal, hier ist das Inventar. Ja, guck mal, wär mehr Zeit. Nö, hier ist ja nix. Wie kann ich denn weiter gucken? Wie weiter gucken? Ja, es geht ja nur bis Steinfall. Pass auf, die sind hier. Du musst aus dem Inventar raus. Ja. Oh ja. Wird er super gemetzelt. Hi! Oh, das... Oh, man kann auch Erbarmen haben. Der hat so bitte nicht gemacht. Okay. Ja. Hallo. Ist noch einer? Ja. Warte! 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 Oh. Wie kann man denn Schaufeln machen? Das weiß ich nicht. Wenn du in dein Inventar gehst, dann geht das nur bis Steinfall. Und da drunter ist so Punkt, Punkt, Punkt. Für... Es gibt noch mehr Optionen. Aber ich weiß nicht, wo und wie. Hallo, Kevin. Ich erst mal ein paar Blümchen. Ich seh nix mit... Ich seh da kein Punktchen, Punktchen. Hä? Du kannst auf das Zahnrad gehen, da steht ja mal 12. Und dann geht das Fenster auf. Blätterrüstung, Energiemischung, bla bla bla. Nee, bei mir steht nur 6. Bei mir steht nur mal 6. Oh. Okay. Wahrscheinlich, weil ich schon ein paar Sachen gemacht hab. Ich hab ja schon den Speer gemacht. Ich hab ja schon ne Fackel gemacht. Ich hab ja schon die Pfeile gemacht. Aber hier steht nix mit Schaufel. Runter gehst du vielleicht mit S? Nee. Pfeil runter. Picture up. Picture up. Oh mein Gott. Ich hab irgendwas gemacht. Hörst du mich noch? Ja. Aber wir kriegen schon wieder Besuch. Geh mal raus da. Also wir müssen hier weg. Ja, ja. Ich bin schon. Okay. Wir haben hier immer mehr Besuch. Dann. Wir müssen hier weg die Kerle hin. Okay. Wir brauchen ne Schaufel. Was sollen wir jetzt machen? Wir müssen weg hier. Egal. Erstmal weg. Erstmal weg. Okay. Okay. Oh! Ich bin tot. Geil. Toll. Der hat mir voll in die Fresse gehauen. Oh, mir auch. Kannst du mich noch heilen oder bist du tot? Ich bin tot. Okay. Dann einmal respawn. Egal. Geil. Wir haben da ja gespeichert. Oh. Ähm. Hä? Wo sind wir? Äh. Wir sind in ihrem Lager. Äh. Wie beim ersten Teil. Äh. Wie beim ersten Teil. Wie beim ersten Teil. Achso. Ich bin beim ersten Teil einfach mal in der Höhle, ne? Genau. Äh. Ähm. Äh. Okay. Man kann sich mit dem Messer freischneiden. Oh, ich hab grad zur Musik gewackelt. Schneidest du dich frei? Ja. Ja. So, jetzt gibt's Fett auf die Fresse. Wir haben doch gar nichts mehr. Das stimmt. Hi. Aua. Oh, ich bin schon wieder tot. Oh nein. Stefan. Aua. Ja, aber ich bin auch tot jetzt. Okay. Jetzt. Dann sind wir jetzt tot tot? Hahaha. Hahaha. Ja, das hat ja gut funktioniert. Oh, Mann. Oh, dann sind wir schon wieder hier. Okay. 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 Zumindestens hat man zwei Chancen. Beim ersten Teil war man ja Insta direkt ganz tot. So was machen wir jetzt. Ja, toll. Kevin liegt da auch noch. Ja, freischneiden und wegrennen. Okay. Was? Brrrr. Oh, Kevin läuft weg. Schneller, Kevin. Kevin lenkt die ab. Ja, ja. Wir laufen jetzt auch weg. Okay. Wo lang? Ja, einfach weg. Okay. Lauf. 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 Scheiß auf Kevin, ey. Merkt ihr, wo wir waren? Oh, Kevin kommt uns hinterher. Wir haben wirklich gar nichts mehr, ne? Nee, gar nichts mehr. Aber wo sind denn unsere Sachen jetzt? Ja, wo soll ich das denn wissen? Wahrscheinlich da, wo wir gestorben sind. Bin ich da oben. Da beim Ausrufezeichen bestimmt, ne? Oh, das kann sein. Guck mal, da hast du ein Ausrufezeichen. Sollen wir da hin mal? Das ist halt hinten im Lager, ne? Oder? Sicher? Ja. Nee, komm, wir umlaufen das Ganze ein bisschen. Wir flankieren die jetzt. Äh, sonst laden wir gleich neu. Was? Ja, dann haben wir unsere Sachen wieder. Ja, das stimmt. Ich sammle doch jetzt nicht schon wieder alles von vorne. Ja, wir gucken mal. Also der scheint echt im Lager zu sein. Oh, hier ist auch ein. Beziehungsweise ich muss doch gleich erstmal was bitten. Ja, 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 ja. Also ich renne da jetzt rein und guck mal, was ich machen kann. Oh, da werden schon verfolgt. Wir werden schon verfolgt. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. So, er nimmt ganz gemütlich seine Handtasche auf. Ich hab wieder alles. Ich hab wieder alles. Ich hab wieder alles. Okay, ich auch. Komm wieder weg. Komm wieder weg. Tschaui. Schnell weg. Danke, danke für eure Gastfreundlichkeit. Ja. Aber ist gut, dass wir in unterschiedliche Richtung rennen. Ja. Nicht so wirklich. Tschüss, Bitches. Okay. Ja. Oh, pffa. Das ist was, was so lustig. Das ist aber so im Lager anfängt, es erstmal. Jetzt kapisst euch. Ja. Ja. Ich hab keine Aussagen. Ja, ich sterb auch schon wieder. Komm, lass uns weg hier. Lass mal nicht sterben. Ja, das wär mal was, ne? Ja. Ich glaub, die Höhle da oben im Norden. Oh, da ist noch einer. Hier. Ja. Ja. Gar nicht kämpfen. Aber weglaufen. Hier sind ganz viele Toten, Dings, Gräber. Äh, da, guck mal, hier rechts von uns. Da ist doch so ein, so ne, so ein Dings wieder. So ein Dings wieder. Ja, hier dieses grüne Pochen, da ist doch wieder links, äh, rechts. Da waren wir schon. Ja, ist doch egal, aber dann können wir da eben hin. Sicher, dass wir da waren? Ja, das ist das mit dem, ohne Drucker. Äh, was ist das ohne Drucker? Ohne Drucker. Das ist der Raum, wo wir gerade zuletzt drin waren. Aber wir sind doch ganz woanders gespawnt, oder nicht? Nein. Glaub mir. Glaub mir. Okay, ja stimmt, dass es mit den beiden Golffragen ist. Ach ja, man kann ja blocken, das habe ich ganz vergessen. Ja. Ja. So, äh, wohin? Keine Ahnung. Sag mir was. Ich weiß nicht, dass man sieht halt die komplette Karte nicht, das finde ich ein bisschen blöd. Das stimmt. Ja, die mit den Ausdruckzeichen können wir noch nix machen. Da waren wir auch schon, aber wenn wir zu dem anderen Pochdings da gehen und von da kommen wir dann weiter in dieselbe Richtung, dann kommen wir dahin, wo wir noch nicht waren. Okay, dann gehen wir dahin. Okay. Und vielleicht sollten wir mal zusehen, dass wir so healthy Krams herstellen. Ah! Du kannst Aloe Vera essen. Ich sterbe grad. Ess. Oh ja. Oh, das funktioniert richtig gut. Wo ist denn meine Aloe Vera? Ganz unten. Ganz unten. Unter dem, dem Klebeband noch. Ach klar. Oh, wir haben schon wieder Besuch. Ja. Wir müssen echt zusehen, dass wir hier rauskommen aus dem Dreck. Ja, ich trinke noch eben schnell und ess was, wenn wir verfolgt werden. Oh, hier ist die. Oh! Oh! Pass auf! Ja, ich bin tot. Sieht die aber auch. Ja, man sieht die nicht, weil die kommen ja auch durch die Gebüsche. Ja! Danke. Ich muss mal eben die Axt wieder nehmen hier. Komm, lass uns hier bloß weg. Bitte. Oh, wie schick. Oh, hier kann man doch voll die Festung bauen. Guck mal, wie viel Platz hier ist. Mhm. Okay, ich weiß jetzt schon, wo ich später baue. Hier. Guck mal, da hinten ist Nebel, oder? Weiß nur nicht, ob die hier wieder Krokodile oder so haben. Hm. Aber ich mach mich erst mal sauber. Oh Gott, hinter dem Krokodil, 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 schnell da, schnell da, schnell da, schnell da, schnell da. Haha. Ja. Oh, hier ist was. Was denn? Äh, hier sind Dosen und Tücher. Oh, das ist gut. Kevin war hier. Okay. Aber nicht viele. Aber zwei, drei. Alles ist nutzbar. Ja. Oh, ich hab schon zu viele Bären. Oh, ich hab schon zu viele Bären. Ich glaub, Calvin kann nicht schwimmen. Ich glaub auch. Ich glaub auch. Haha, rennt ja die ganze Zeit hin und her. Die Geisteskrank. Schon okay, wir sind ja schon da. So, wo wollten wir hin? Genau, da. Die Richtung. Ja, Calvin schubst mich einfach weg, ey. Oh, ich hab was gefunden. Glaub ich. Jo. Alles gut. Äh, ein eingeborenen Dorf. Aber hier sind nur zwei. Die schaffen wir. Ja. 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 Äh, ja. Okay. Moin. Äh, ich bin tot. Lol. Wie hast du denn das geschafft? Äh, ja, der hat mich erwischt und dann lag ich da. Long story short. Okay. Aber hier gibt's auch nicht so viel, ne? Irgendwie. Und Seile gibt's hier wieder in der Mücken. Oh ja. Und Gedärme. Geil. Ah, hier sind Kisten. Stopp. Münzen, Seile, ja. Ja, 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 ja. Oh, ich hab das Gedärme fast umgeschmissen. Ist hier schlimm. Das ist eklig. Gibt's da irgendwas an einem Golfcar? Nee, ne? Mit den Lappen da hinten waren. Okay, stopp. Hier ist noch ne Kiste. Oh. Oh ja, hier auch. Ah! Ah! Oh, der ist aber groß. Oh, hier ist so ein King Kong. Oh! King Kong! Oh, der macht mit einem Schlacht tot. Warum? Warum, äh... Hallo? Die sind ein Meter groß? Oh, okay. Ja, renn weg! Ich bin schon wieder tot. Nein, du bist ja schon wieder tot. Warum rennst du denn nicht weg? Ich konnte nicht. Ich war doch am Aufstehen, oder? Bitte renn weg, bitte renn weg, bitte renn weg. Wo ist denn der Kribbel? Entschuldigung! Okay, ich renn hier schon. Oh mein Gott! Warum benutzen wir eigentlich nicht die Pistolen? Weil wir rennen. Hast du gesehen, wie groß das war? Ja, das... das lohnt sich nicht, den zu erschießen und jetzt schon unsere Munition zu verpulvern. Hm. Es lohnt sich noch nicht. Ach so, da in die Richtung ist denn Schnee. Von da kommen wir. Ein bisschen unter Wasser Eichhörnchen. Oh, da unten. Schon wieder ein Lager. Oh ja. Aber das sieht ja zerstört aus, oder? Es scheint doch keiner zu Hause zu sein. Nö, ich glaub, hier hat schon jemand aufgeräumt. Wir sind Pisten. Da liegt noch ein bisschen Geld. Und der Planer. Was macht denn dieser Beutel überhaupt? Dieser Beutel? Ja. Den wir zwischen... Du meinst den fallen lassen? Ja, ja. Kannst du die später für irgendwas zu klappen benutzen? Uh. Ah, Katze, was ist los? Ja, N. Ja, meine Katze ist gerade auf dem Bus in hier. Neue Anleitung im Inventar verfügbar. Ich glaube, wenn da so ein roter Mund, äh, roter, äh, smiley Ding ins dran ist, dann ist das giftig, im grün, ist okay. Okay. Okay, das kann sein. Äh, da unten laufen sie wieder welche. Die Affendinger. Da nägt der Affen heute. Können wir einfach durch, ne? Oh. Ja. Ja. So. Gott, war das laut. Na, 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 na. Guck mal, er hat das internationale Donutzeichen gemacht. Ja, oh nein. Oh, oh, der hat nicht erwischt. Wird erwischt. Ah, die Blattung. Okay. Oh, Katze. Was ist denn los? Okay. So. Ein Elch. Ein Elch. Echt wo? Oh, ja. Da. Den braucht man bestimmt nachher für was Wichtiges an Rüstung oder irgendwie so. Oh. Sollen wir den jagen? Sollen wir den töten? Ja. Ah. Okay, warte. Lass uns Bogen und so anlegen. Besser ist das. Der blutet schon. Vielleicht wird er angeschossen. Achso. Wo ist der hin? Irgendwo. Oh, da ist er. Schnell. In seinen Arsch laufen. Ich muss er jetzt wieder. Ja, da geradeaus. Ah, warte. Ich glaube, wir sollten nicht anrennen. Oh, der rennt immer noch. Oh, ja. Ich sehe ihn. Aber wenn man rennt, verscheucht man den oder so, ne? Ja, aber wir müssen ja dranbleiben. Oh, na toll. Jetzt sind da mehrere. Jetzt weiß man wieder nicht. Nimm den, der blutverschmiert ist. Oh, na toll. Ja. Der durchs Lager rennt. Geil. Genau. Ich glaube, die kriegst du nicht so schnell down. Das glaube ich auch nicht. Bist du jetzt einfach weggelacht? Ich bin ja, ich bin ja eigentlich dergerannt. Äh, ich bräuchte ein bisschen Hilfe. Vielleicht. Äh, ja. Was zum? Was macht er da? Wo bist du denn? Ja, wie soll ich denn da jetzt wieder hochkommen? Warum bist du denn da nicht einfach durchgerannt? Äh, ich hab keine Pfeile mehr. Oh! Nein, 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 nein. Ja, warum bist du da nicht durchgerannt? Weil... Ich dachte, ich würde mich erschießen. Geh doch doch weg! Das sind voll viele! Ja, das waren gerade nicht so... Oh, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Chill mal. Ja, toll. Ja, okay. Oh nein! Oh nein! Toll. Steh auf! Ich bin tot! Hehehehe. Hehehehe. R JOHÄHĄHJÄH! Äh... Bist du auch tot? Ja. Fuck! Ah, dann mach ich jetzt ne Pause, weil ich hab Hunger, dann koche ich jetzt erst was zu essen. Ja, dann lassen wir uns zusammen Pause machen, dann können wir ja gleich nochmal neu laden. Ja. Okay. Dann bis gleich. Bis gleich. Ja, wie kommt man denn jetzt hier weg? Äh, Escape beenden. Ja, beenden.